Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Far Cry 4. So, wir wissen schon, dass du uns ausprobiert hast. Aber woher kennst du? A.J. Gale. Was will der goldene Pfad nur von ihm? Sorry. Hey Baby, nein, ich hab ein Meeting, ich kann gerade nicht. Ja, du weißt ja, wie stressig es hier ist. Wir haben einen neuen Kunden und ich bin unsicher, ob er anfasst. Nein, ich ruf dich zurück, wenn ich fertig bin. Das sollte nicht lange dauern. Wie geht's dem Mädchen? Ja. Gut, gut, gut. Gib allen einen Kuss von mir, okay? Ich lieb dich. Ich dich auch. Okay, bye. Weißt du, ich würde dich eigentlich kündigen. Aber meine Frau, sie würde das nicht verstehen. Vor ein paar Jahren hat meine Firma sich verkleinert und all meine Aufgaben an ein drittes Weltloch vergeben. Wie, na ja, wie hier eigentlich. Und als nächstes war ich Schreibtisch-Täter. Mann, hab ich das gehasst. Wurde wegen Burnout beurlaubt. Und da war ich nun. Die Frau auf Arbeit, die Kinder in der Schule und ich warte nur auf der Couch. Jeden Tag. Und starte in die... Scheiß-Klotze. Aber dann sah ich ihn. Dr. Phil. Bekommt ihr das auch hier draußen? Dr. Phil? Super. Und er sagte... Dann erinnere ich mich genau, weil das, 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 also das vergesse ich nie. Wenn du glücklich werden willst, dann finde es. Dein war's Ich. Blitzschlag. Und er wurde mir klar, dass ich das wertschätzen muss, was ich gut kann. Und in deinem Leidwesen. Ist es das? Gut. Also ich mach das folgend. Ich versuche es so gut zu machen, wie ich es irgend kann. Wenn ich dieser Arbeit um den halben Globus folgen muss, dann werde ich genau das tun. Ich bin runter von der Couch. Ich ernähre meine Familie. Ich bin der verdammte Mann! Sieh mir ins Gesicht. Ein ehrliches Lächeln. Also, wenn ich sage, ich kann das den ganzen Tag machen. Gut. Warum lässt du nicht alles los? Woher kennst du AJ Gale? Okay, wir machen jetzt einen Abgang. Ich wollte jetzt noch gucken, was ich mit dem machen. Aber jetzt abhauen. Ich gehöre zum Goldenen Pfad. Goldener Pfad? Wir sind Freunde. Ich kannte deinen Vater. Wir sind hier, um dich zu retten, Sohn von Mohan. Und was ist mit Darpan? Du hast Top-Priorität. Wir müssen dich sicher hier rausbringen. Koste es, was es wolle. Darpan würde es verstehen. Nun bleib bei mir. Alles klar. Alles klar. Okay. Los geht's! Halt die Kopfhörigkeit! Franky, mit sich ein! Los! Geben Deko! Scheiße! Geile Mucke. Unter dem Armaturenbrett ist die Waffe. Nimm die! Sind wir sicher? Wahrscheinlich nicht. Rechts von dir. Schieß auf sie! Hab ich doch. Mann, scheiße! Pass auf! Von wo, von wo! Rechts! Festhalten! So! Wir haben überlebt. Wenn du mich hört, antworten. Aber unser Fahrer wohl leider nicht. Anworte bitte! Hallo? Hier ist Tabal. Wo bist du? Keine Ahnung. Fuck. Der Fahrer ist tot. Okay, hör mir zu. Sieh dich um. Du müsstest einen Turm in der Nähe sehen. Den musst du irgendwie erreichen. Ich bin gerade auf dem Weg dorthin. Also rüber zum Turm. Okay. Alles klar. Okay. Okay. Die suchen mich. Das ist jetzt nicht so geil. Grundlagen des Schleichens. Okay. Alles klar. Oh, da kommen die drei. Komm schon raus. Wir tun dir nix. Hör, brauche es. Rüber, 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 rüber. Nein! Ja, ich nicht mit euch. Wo sind die jetzt von mir? Das war alles nur ein furchtbares Misverständnis. Zeig dir! Ja, das glaub ich gern. Ja, das glaub ich gern. Bis jetzt machen wir das echt gut. Das muss nicht so laufen wie jetzt. Du musst dich nicht verstecken. So, wo sind wir denn jetzt? Uh, da ist ja noch so ein Typ. Ich kann nicht hören. Geh mal gucken. Kleiner, blöder Typ. Geh doch mal gucken. Ja, geh mal gucken, was das ist. Perfekt. Ich weiß gar nicht, wie viel Luft wir haben. Ist das diese grüne Anzeige? Naja, das kann nicht sein. Oh. Nein, nein, nein. Ey, die haben mich entdeckt. Scheiße, ich bin zu früh aufgetaucht. Ah, verflucht. Die haben mich, die haben mich. Alter. Ah, shit, man. Ich bin einfach zu früh aufgetaucht. Ich hab keine Waffe, bei mir gar nichts. Äh, wohin, 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 wohin? Aber ich bin eigentlich in Sicherheit momentan. Äh, ne, oder? Halte X, okay, das ist klar. Alter. Waffenrat ist LB. Und den Köder mit RB, okay. LB und RB, muss ich mir merken. Alter. Äh, verflucht. Die sind direkt hinter mir. Oh, Mist. Alter. Runter, runter, runter. Oh. Oh. Kann ich den Link wieder schlagen? Kann ich den Link wieder schlagen? Ja, perfekt. Aber eigentlich müsste ich schon mehr oder weniger in Sicherheit sein. Ja. Ja. So, jetzt ruhig bleiben, ruhig bleiben. Das war jetzt von mir nicht ideal gelöst, aber ich hab's gelöst. Auf dem Radar ist grad auch nicht zu erkennen. Ich hab's gelöst. Die gehen mal hier oben lang. Man weiß ja nie. Ah, ich hab's gelöst. Ah, ich hab's gelöst. Ah, ich habe noch keine Waffe. Das ist mein Problem. Ah, jetzt habe ich was. Sehr gut. Jetzt reden wir. Was ist denn das? Ah. Das Ding kann ich jetzt nicht häuten, oder? Na, ich schaue nichts zu. Okay, weiter. Eine Kamera, okay. Und Zoom mit LT, linker Trigger. Alles klar. Werde? Okay. Ah, ich habe eine Idee, ich habe eine Idee, ich habe eine Idee. Ich muss den Tiger befreien. Das könnte jetzt der Weg sein, wie ich das hier alles schaffe. Kann ich da oben rüber? Nee, ne? Okay. Oh, da komme ich hier doch hoch. Einen Pfeil und Bogen habe ich jetzt nicht, ne? Nö. Okay, ich würde sagen, wir ballen uns da durch. Aber ruhig, 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 ruhig. Oh, nachladen, nachladen. Oh, 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 zurück, zurück. Nachladen. Ja, kommt her, Jungs. Ich habe kein bisschen Angst vor euch. Oh, rechts, 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 rechts. Irgendwo hier, Kompass. Wo sind die, wo ist die, wo ist der? Nein. Oh, halten. So, jetzt. Ich habe keine Munition mehr. Oh, scheiße, Mann. So. Ähm, durchsuchen. Kann ich nicht auch noch durchsuchen? Doch, kann ich. Aber wenn ich bloß eine Granate hätte, dann wäre es ja viel einfacher. Aber ich glaube, hier ist gar keiner mehr. Ich glaube, das war es, im Prinzip. Hier hoch. Na komm. AJ? Ach, da oben ist ein Raubtier, alles klar. Deswegen müssen wir auch mal als Kalt eliminieren, glaube ich. Wofür wir dadurch eliminiert werden. Aber die Grafik ist sehr, sehr geil, muss man ja sagen. Sieht sehr hübsch aus. Hey, AJ, mein Junge, bist du beschäftigt? Stört's, wenn ich dich anrufe? Du bist wirklich ein guter Zuhörer. Also, ich bin nicht böse wegen dem Krabbenrangon. Ich weiß, das ist nicht jedermanns Geschmack. Aber es wird dich freuen zu hören, dass ich den Koch wegen seiner Inkompetenz hinrichten ließ. Oder was, seine Familie? Naja, wie auch immer. Nächstes Mal gibt es mehr Auswahl. Nie wieder werde ich einen scheiß Fernsehkoch entführen. Okay, ich muss dann da hoch, wa? Aber liebe Leute, mach ich jetzt mal einen Folgen-Brack. Ich bleibe immer fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge von Farquay 4. Haut rein und tschüss. Bis zum nächsten Mal.